Es sind drei Schweizer Mädels und einer vom FV rüben, 8.45 Uhr. Ja, die Mädels, die Zeit vor, die man dann unterbieten muss, zum Beispiel im Adolf bei den Frauen, wie danach kommt. Wie klatscht ihr drüben ein auf der Zielgeraden mit der 539 Annina Farr auf L.C. Schaffhausen. Und da gibt es nicht nur diesen wunderbaren Reifall, sondern da gibt es auch den Siegel.